Jetzt ist es Zeit für die ASMR Bros, würde ich sagen. ASMR Bros. Ähm. Oh. ASMR McDonalds. Oh, scheiße, Alter. Ah, fuck. Mit dem Ergebnis deiner Anti-Age-Pflege zufrieden? Absolut nicht. Ich habe hier einen richtig fetten Pickel. Was soll die Scheiße? Ich bin es. Meine... Ja, toll. Haut kommt nicht hier jünger. Ver... B-b-b-bestig. Wollen wir kurz über das Intro reden, oder? Also, reden wir nicht drüber, oder? What the fuck, Alter. What the fuck. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal... Wieso hat der Handschuhe an? Stell dir mal vor, das Video beginnt so. Und dann gucken sie erstmal. Machen gar nichts. Machen gar nichts, Alter. Hoffentlich ist da ein MacFish dabei. Den die essen. So kann man doch kein ASMR machen. Man kann doch nicht einfach irgendwelche Alltagsgegenstände nehmen und damit ASMR. So funktioniert das doch nicht, oder? Also Digga, dann ziehe ich mir demnächst einfach eine Wassermelode über den Kopf und das ist dann ein ASMR-Video oder was. Da bin ich raus. Ich schwöre, er hier, ich weiß nicht, wie er heißt, Calvin, Marvin oder Kevin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er komplett zugekifft. Also er hat wirklich die Augen auf halb neun hängen, Digga. Das Danny Shield ist wirklich ne Wunde. Ne Wunde ist es wahrscheinlich, oder? Ne Gottverdammte Wunde ist es wahrscheinlich. Verdammt normal, Junge. Heute ist der Wurm aber sowas von tief drin. Scheiße, Alter. So ein Müll. Wir haben einfach einen kompletten Hühnerstall frittiert und den sich gekauft. Den Jungs ist alles egal. Die werden die alle nicht essen. Die werden wahrscheinlich ihr Gesicht darüber rollen und ihren Pimmel auspacken und den da draufhauen, Alter. Sprachenlernen Bubble. Sprachenlernen Bubble. Grüße gehen raus an mich. Ey, dass die diese Handschuhe anhaben, macht es nur noch. Was ist euer Ziel mit diesem Video? Erzählt's mir! Ich versteh hier gar nichts mehr. Ja, bitte, bitte, gib mir ne Werbung. Gib mir die Werbung. Her damit! Her damit! Ich brauch ne Pause. Ich brauch ne ganz dringende Pause. Schön die Versace-Werbung. Digga, mit so nem Content, mit so nem Content kriegen die mir ne Versace-Werbung rein, Alter. Mit ner CPM von 20.000 Euro pro Klick. Junge, wie kann das denn sein, Alter? Dieses Video ist zwölf Minuten lang. Was passiert da? Fich, 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 fich! Fich, 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 fich! Immerhin haben sie Glasstrohhalme. Grüße geht raus auf Fridays for Future, Jungs. Dankeschön. Schneckt euch mal die 100 Nuggets erstmal rein. Hä? Ja, und jetzt? Gibt es Leute, die dazu wirklich entspannen können? Oder Oder ist das so ein Ist das so ein Fetisch-Ding? Wo man Ich bin Also Leute, das Das ist grad für mich wirklich belastend. Das ist für mich wirklich grad belastend. Und ich frag mich, wo Wo es noch weiter hingehen soll mit der Mit der Menschheit, nicht mit der Werbung. Ja, Bro, ich hab schon mal ein Nugget in meinem Leben gesehen. Ich bin da raus. Ich bin da raus. Ja, komm. Drück rein. Ich schwör ich kotzgleich einfach. Das ist einfach nur Das ist einfach nur ekelhaft und disgusting, Digga. Und das Problem ist, ich glaub, die beiden wissen ganz genau, die wissen ganz genau, was für ein Rotz an Kontern die da rausballern. Die wissen das ganz genau, dass genau solche Vollidioten wie ich sich da hinsetzen, die sich die Scheiße angucken und das Wort Fisch nicht ausrechnen, äh, ganz genau nicht ausrechnen können. Das Wort, das kann ich mir mit meinem Kopf nämlich nicht ausrechnen. Die wissen das ganz genau und die verdienen damit ihr Geld. Die fressen sich hundert Nuggets rein, Digga. Und da werden die danach den Durchfall des Todes haben und damit verdienen die richtig, richtig viel Geld. Geile Scheiße wirklich. Leute, das ist das, das ist das, das ist der Peak der Menschheit. Weiter geht's nicht. Von hier an, von hier an kann es mit der Menschheit nur noch steil bergab gehen. Bis zu den Fischen runter ins Meer. Fisch, 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 Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Ha, 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 er kann nicht Fisch aussprechen. So ein Dummkopf. Bah, ist das ekelhaft, Digga. Junge. Ah. Ich schwöre dir, wenn ihr jetzt dieses komplette Video damit durchzieht, wie sie hundert Nuggets in sich reinstopfen, ohne dass einer eine Antibiotika-Überdosis bekommt und gleich anfängt zu schielen oder aus den Augen zu bluten, dann bin ich hier heute offline, Leute. Die werden doch nicht das komplette Video, nur Nuggets fressen. Das kann, das kann nicht angehen. Da hört's... Da hört's auf. Da hört's auf einfach. Das reicht. Alter. Das ist doch jetzt nicht das ganze Video, oder? Das ist das ganze Video. Das ist das ganze Video. Diese zwei Genies, ja? Diese zwei Genies, Leute. Diese zwei geistigen Genies. Die haben's geschafft, aus ihrem ekelhaften und der bärmlichen Müllmittagsessen Content zu machen, Digga. Da ist jedes Mukbang der ganzen Welt ist dagegen Schmutz. Das hier, meine Freunde, ist der goldene Content 2019. Und wenn ich könnte, ich würde Marvin und Calvin höchstpersönlich mit Blattgold beschichten und ein Scheiß-Modeum wahrscheinlich in einem Museum aufbauen, damit jeder gucken kann, wie geil die Menschheit gewesen ist 2019. Wenn irgendwann mal, wenn irgendwann mal irgendwer in der Geschichte der Welt zurückgeht, ja? Und dann seht, scheiße, Mann, ich kann nicht reden. Und dann seht, was die Menschheit damals angestellt hat, Leute. Ja? Dann werden sich die Leute in der Zukunft die Kugel geben. Hier hört's für mich wirklich auf. Hier hört's für mich auf. Das ist... Ey, das geht immer weiter. Das geht immer so weiter. Ey, ich fänd's so geil. Ich fänd's so geil, Leute. Ich fänd's so geil, wenn sie sich den ganzen Scheiß richtig schön tasty reinziehen, ja? Und es sind aber keine 100 Nuggets, sondern es verdammt nochmal 100 Cionk-Lieb. Darf man nicht sagen, sowas. Darf man nicht sagen. Ich will jetzt hier nichts Böses sagen. Aber, Leute, ganz ehrlich, Alter. Also, tut mir leid. Das ist doch... Das ist doch einfach... Das ist doch kein Content. Das ist doch... Ich kotze gleich. Ich kotze... Ich schwör, ich kotze gleich. Digga, dann guck ich mir lieber Drachenlord-Pornos auf YouTube an, als das... Äh, auf YouPorn. Drachenlord-Pornos auf YouTube. Wahrscheinlich, oder? Ey, ey. So, Patrick. Das ist für mich kein ASMR. Das ist Abfall und Schmutz. Petrit. Guckt euch die Scheiße hier, Alter. Petrit. ASMR. So. Bist du mit... Ich bin mit meiner Haut nicht zufrieden. Halt's Maul. Ey. Oh Gott, ich glaube nicht. Und da guck ich mir lieber den Scheiß an, als die Prank-Brows, die wirklich, die wirklich jeden verdammten Tag diesen gottverdammten Müll in sich reinschaufeln. Digga. Da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn der Junge, auch wenn der Junge hier wirklich nicht gerade aussieht, als hätte er den kompletten Schlaganfall seines Lebens, kann ich mir das deutlich besser reinziehen, als die Prank-Brows. Da, da hörst du für mich wirklich auf. Petrit, ich erwarte jetzt von dir, dass du dir 200 Nuggets auf einmal reinziehst, ja. Und du packst die, pass auf, du gehst vorher hin. Petrit, du gehst vorher hin, nimmst diese Nuggets und packst die richtig schön in so einen Scheiß-Trichter rein. In den Trichter, wo die Fische mal reinkommen, scheißverdammt nochmal. Ja, Petrit. Und dann tust du das in so ein Ding rein, in so ein, äh, wo man mit Away-Shake macht, hier so einen Mixer, Junge. Ja, und dann pürierst du diese 200 Nuggets und dann trinkst du das einfach, Alter. Und gönnst es dir richtig rein. Und dann hätte ich nochmal gerne eine zweite Folge vom ASMR, wie du kotzend und kackend am Klo hängst und diesen ganzen Abfall, den du da in dich reingekippt hast, verdaust. Das wünsche ich mir, Junge. Darauf habe ich Bock, Alter. Darauf habe ich richtig Bock, Junge. Das ist Content. Geil, Alter. Junge, 2019, das beste Jahr der ganzen Menschheit. Junge.